Tja, zwei Twi'leks ist in Aktion. Das kann ja nur scheitern. Ach ja, das ist ja rechte zwei Twi'leks. Okay. Erst einmal gehen wir hier hin. Hier muss doch irgendwo ein... Ach nee, die gibt's hier noch nicht, ne? Nee. Stimmt, gibt's hier noch gar nicht. Warte mal, warte, 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 Inventar. So. Charakter-Menü. Sie hat jetzt diese... Da. Nikos Blaster bekommt sie. Sie wird aufgewählt, also die Waffen werden sowieso aufgewählt, ob es drin ist oder nicht. Das ist erst einmal schietenegal. So, die kriegt sie schon mal von mir. Den brauche ich normalerweise auch nicht, den Staubmantel. Kann ich hier den gehen? Ach nee. Darf sie den nicht tragen? Doch. Guck mal. Boah, sieht doch schon besser aus, ne? Alles klar. Ja, das hier ist gut für mich. Hallo. Ich dachte, das ist gut für mich. Mit uns legt sich besser niemand an. Okay, okay, das kann verkauft werden. Werte, sicher. Werte, Jacke kann ich auch verkaufen. Die Waffen kann ich verkaufen. Brauchen wir alles nicht mehr. Guck mal, so sieht die Werte schon mal besser aus. Alles klar. Jetzt sollen wir... ...zu diesem Grab hin. Das müsste da vorne gleich sein. Wir sind richtig. Da ist eine Statue. So, eins von vier. Eben auf die Map gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Entweder links oder rechts um die Ecke. Können wir uns aussuchen. Hier war gerade schon jemand drinnen gewesen. Ich habe ein bisschen was aus dem Weg geräumt. Was natürlich für uns wieder zum Vorteil ist. Haben wir weniger Gegner. Da müssen wir hin. Oh, zwei von vier. Verdammt, jetzt müssen wir da weiter, ne? Statue in der Mitte. Nein, dahinter. Okay, wett. Und jetzt im Map schauen kurz. Ja, das ist der richtige Weg. Und die müssen auch so vorbeikommen. Hier. Komm, wett. Abgeschlossen. Alles klar. Wo müssen wir... Jetzt müssen wir da lang. Wir sind ja nicht recht gut durchgekommen, würde ich sagen. Leute. Da ist es. Der geheime Eingang zur versteckten Höhle ist hier drin. Ich muss mich nur gerade orientieren. Achtung! Nein! Klemral, wie könnt ihr es wagen, euch einzumischen? Diese Angelegenheit geht euch nichts an. Wenn sie nicht wäre, wäre ich schon lange tot. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie hinterhältig ermordet. Sieh an, Klemral. Ich bin beeindruckt. Ihr habt mehr Mut, als ich euch zugetraut hätte. Ich bin selbst von mir überrascht. Ich habe eine Überraschung für euch. Dieser Narr muss gesehen haben, wie ich euch gefolgt bin. Zu schade, dass seine Warnung umsonst ist. Es endet hier. Sobald ich euch getötet habe, wird mir die Sklaven die verbotene Höhle zeigen. Dann gehört das Lichtschwert mir. Und ich kann meinen rechtmäßigen Platz als Schüler von Lord Barras einnehmen. Du hast keine Chance. Das werde ich nicht zulassen. Meine Leidenschaften sind stärker als eure. Ich bin die Essenz dessen, was ein Sith ausmacht. Mein Recht wurde mir lange genug vorenthalten. Ab heute wird man euch vergessen. Es endet hier und jetzt. Okay, wir müssen... Vielleicht geht's besser. Vielleicht geht's besser. Es war meine Bestimmung, Barras Schüler zu werden. Bin ich so weit gekommen? Habe ich so viele Hindernisse überwunden? Nur um mich jetzt als unwürdig zu erweisen? Seid nicht so hart zu euch, Vemrin. Ihr wart ein würdiger Gegner. Spart euch das! Es gibt nur den Sieg oder den Tod. Ich weigere mich ein, niederes Leben zu leben. Erledigt mich. Ich werde keine Gnade akzeptieren. Alle Achtung. Gute Arbeit. Freut mich, dass ich dich beeindrucken konnte. Der geheime Eingang ist gleich hier. Indiana Jones lässt grüßen. Okay, wir sind drin, aber das sind Robbys, die uns nicht auf heute lassen wollen. Okay, wir sind drin. Okay. Oh, wir haben hier einen Bonus, die nehmen wir natürlich sofort mit. Oh, Level Up. Genial. So, Level Half. Ich buffe uns mal eben kurz neu. Ist abgelaufen. Da müssen wir durch. So, den Bonus haben wir schon mal erreicht. So, das geht's besser. Da und ein. Wir sind drin, Leute. Hier werden wir gleich unser altes, wertvolles, mächtiges Laserschwert bekommen. Und dann werden wir können. Hier werden wir gleich close напис니다. There Limbo, bis jetzt langsam훈 Athletikspane. Ich komm mal aus. Dann geh mal hin. Aber genau war. Und dann. Schuss! Okay. Alles klar Leute. Kommen die jetzt die ganze Zeit auf mich zu? Oder werden die um uns stehen? Die werden bis jetzt mal stehen. Und jetzt. Ah. Ach. Ah. Ja. Hier haben wir noch was bekommen. Modifikation. Die klappen schon mal rein. Ja. Anwenden. So. Kiste. Welche nehmen wir da jetzt hier? Angriffskraft. Warte mal. Nicht. Krit. Den nehmen wir. Na komm. Die will ich haben. Ja. So. Nochmal bearbeiten. Anwenden. Annehmen. So erst einmal. Sehr schön. So. Auf gehts. Wenn ich sterbe. Kehre ich als Geist zurück. Na kommt her hier. Na kommt her hier. Geschafft. Gut. Das Laserschwert gehört uns. Okay. Äh. Gegenstandsmodifikation. Das ist da vorne. Äh. Verlasse die verbotene Höhle. Also erst einmal. Die Höhle verlassen. Erledigt. Achso. Okay. Jetzt wird da Barras zurück. Eben kurz um seine Zitzroiden hin. Bitte verwenden sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So. Dann können wir noch was verkaufen. Hier. Schrott verkaufen. Das kann auch alles weg hier. Das brauchen wir alles nicht. Legen sie Pol. Kann sie was davon gebrauchen. Mit ihrer Einfluss. Ja warte. Komm mal wett. Das ist toll. Danke. Und das. Kleiner. Egal. Machen wir. Hey. Danke. Geht doch. Jetzt können wir uns noch eine weitere Modifikation für die Waffe holen. Und zwar hier. Danke. Ja. Anwenden. Fertig. Dann gehen wir zu der Barras. Wat geht denn? Dann gehen wir zu der Barras zurück. Vielen Dank.